Servus Leute, heute geht es weiter mit unserer Einschaltautomatik. Den ersten Teil dieser Videoserie, den verlinke ich euch oben. Im Video zur 230V Einschaltautomatik habe ich euch das Ganze mit dem ElTaco AR12DX gezeigt. Da kann man dann einige Beanstandungen, die Nachlaufzeit dieses Relais, kann man nicht stufenlos regulieren, sondern hat, ich meine von 0 bis 120 Sekunden, 10 Stufen, also 12 Sekunden Stufen. Ich finde nach wie vor ein hervorragendes Relais, sehr exakt, sehr genau. Ein netter Zuschauer, der das Ganze auf Instagram und YouTube gesehen hat, hat mich darauf hingewiesen, dass es ein Relais von der Firma Schalk gibt. Das ist das Schalk IMR3, 230V, im Prinzip das gleiche Relais kann das gleiche, nur die Nachlaufzeit kann man stufenlos einstellen und zwar von einer bis 90 Sekunden. Stufenlos? Ja, stimmt. Wie ich finde, ist das allerdings sehr schwierig, zum Beispiel jetzt drei Sekunden einzustellen. Die Rasterung ist so, oder das Potentiometer, das da eingebaut ist, das Einstellrad ist so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Die kleinste Veränderung erhöht die Sekundenzahl gleich um drei, vier, fünf Sekunden. Es ist sehr diffusil zu einstellen, wenn man es allerdings eingestellt hat, läuft und läuft wie gewohnt. Der Aufbau ist nach wie vor, nach wie vor dasselbe wie das letzte Mal. Wir haben einmal eine Kupplung, an der ist mein Schleifer angesteckt. Einmal eine Steckdosenleiste, an der ist der Staubsauger angesteckt. Und wir haben hier das Relais nur getauscht. Das El Taco habe ich jetzt ausgebaut und das Schalk Relais habe ich eingebaut. Ich werde euch jetzt kurz diesen aktuellen Plan einblenden, kurz nur das Relais getauscht, dass sich die Beklemmbezeichnungen nicht mehr vom El Taco Relais, sondern vom Schalk Relais seht. Worum es heute allerdings in erster Linie geht, ist der Einbau bzw. das Einbinden eines Drei-Stufen-Schalters in diese Einschalterautomatik, in diese Relaischaltung. Bei mir ist das, ich habe das so provisorisch aufgebaut, Null ist die Ausstellung. Auch bei der Ausstellung hat die Steckdose Dauerstrom. Ist ein. Man kann ja da auch mal irgendwas anstecken, einen externen Staubsauger, keine Ahnung, einen Lötkolben. Und da will ich, dass dieser trotzdem funktioniert, auch wenn hier auf Null ist. Null bedeutet, die Absauganlage ist komplett ausgeschaltet. Dann haben wir einen Dauerein. Da wird die angeschlossene Staubsauganlage, egal ob das die LED-Bastel-Absauganlage ist mit der Turbine, wird die auf manuell Dauerein geschaltet. Oder ob das ein normaler Staubsauger ist, vollkommen egal. Dauerein, das heißt, der Sauger läuft aus, ist aus. Steckt das ja auch trotzdem Dauerstrom. Und in der Automatikfunktion, Stufe 1 ist Automatikfunktion, läuft die Absaugung nur an, wenn das hier angeschlossene Gerät eingeschaltet wird, für den Schleifer, Tischkreissäge und so weiter. Dann möchte ich euch einmal kurz diesen Drei-Stufen-Schalter erklären. Das ganze Mysterium. Das ist jetzt die einfachste Version, die einfachste Ausfertigung. hat hier hinten einen Block, einen Schaltblock drauf. Die gibt es natürlich mit mehreren, zwei, drei, vier. Umso mehr Schaltkontakte sind drauf. In diesem Fall, die einfachste Version, sind einfach nur zwei Schaltkontakte drauf. Bei Null brauche ich nichts schalten, also auch kein Schaltkontakt. Ein Schalter für die Stufe 1 und einmal für die Stufe 2. Im Prinzip ist das nichts anderes als zwei separate Ausschalter. Ich habe das jetzt einmal kurz aufgezeichnet. Das ist jetzt angenommen für die Stufe 1 und für die Stufe 2. Der Drehschalter. Wenn ich auf Stufe 0, dann sind beide Kontakte unterbrochen. Das ist Stufe 0. Dann passiert nichts. Wenn ich Stufe 1 anwähle, werden die Kontaktklemmen, die sind hier hinten drin, werden die Kontaktklemmen 1 und 3 gebrückt. Und wenn ich auf Stufe 2 schalte, werden die Kontaktklemmen 2 auf 4 gebrückt. Mit diesem Schaltsymbol können wir doch jetzt was anfallen. Das ist der altbekannte Anschlussplan, natürlich noch mit den Relaiskontaktbezeichnungen LN-M1-M2-123. Auf das Schaltgrillig gehe ich dann gleich noch mal näher drauf ein. Jetzt zeichnen wir mal kurz den Schalter hier ein und überlegen wir uns, was dieser Schalter tun soll. Im Prinzip haben wir ja gesagt, die Dauerphase L1 kommt in der letzten Schaltung direkt auf den Relaiskontakt von unserem Stromüberwachungsrelais. Das tun wir nicht mehr. Das machen wir da jetzt nicht mehr. Wir nehmen uns jetzt diesen Draht, verbinden ihn hierher und am Schalter selber, das sieht man glaube ich da, so, zeigt man das, habe ich eine Brücke, eine Brücke reingemacht. Diese Brücke funktioniert einfach nur so. Das heißt, jetzt kommt Dauerstrom unabhängig von der ganzen anderen Geschichte. Der Dauerstrom, man kann da den Draht nehmen, den man vom Relais, unten Relaiskontakt 1 angeklemmt hat, den nimmt man hier weg und legt ihn auf den Schalter mit der Klemmbezeichnung 1 und brückt ihn auf 3. Da haben wir die Klemmbezeichnung 2 und 4, hoffe ich. Jetzt machen wir die Dauereingeschichte. An diesem Kontakt ist ja die Steckdose für die Absauganlage. Jetzt, wenn ich Dauer ein möchte, dann nehme ich diesen Draht, führe den hier drauf. Das heißt, unabhängig von dieser Relaischaltung, wenn ich den Drei-Stufen-Schalter in eine Schaltstellung, das ist jetzt mal egal, ob das Schaltstellung 1 oder Schaltstellung 2 ist, die physische Schaltstellung vom Relais, ist ja momentan mal grundsätzlich egal, eine Schaltstufe schaltet dann den Kontakt 1, 2 durch und die Dauerphase geht direkt zur Steckdose. Heißt, Dauer 1, angeschaltete Absauganlage läuft immer. Neutralleiter. Was, wenn wir das jetzt wieder auf Stufe 0 bringen, sind beide wieder unterbrochen, sind wir wieder in der Neutralstellung, passiert gar nichts. Wir haben jetzt die Dauergeschichte angeschlossen. Das nächste, was wir brauchen, ist dann wieder um diese Automatikfunktion. Das heißt, diese Schaltkontaktgeschichte wird ja von dem Messsensor M1, M2, der den Durchfluss überprüft, von der überwachten Steckdose, wird geschaltet. Wir haben diesen Draht ja hier weggeklemmt. Das heißt, wir haben im Prinzip gar keine Stromversorgung für diese Geschichte. Da nutzen wir jetzt den vom 4 und klemmen den hier ein. Dieser Draht ist unterbrochen. Jetzt gehen wir das nochmal durch. Angenommen, wir schalten auf Dauerstrom. Da wird gar nichts vom Gerät überprüft. Dauerstrom ist ja dafür da, dass man an dieser Steckdose von der... Dauerstrom ist dafür da, dass sich die Absauganlage manuell auf Dauer einschaltet, um den Boden zu saugen oder sonst irgendwas. Wird eine Schaltstufe gewählt, dann wird dies gebrückt und das heißt, die Dauerphase läuft hier drüber, kommt hierher, ist verklemmt zur Steckdose vom Staubsauger oder zur Absauganlage. Ist Dauerstrom. Bei Schaltstellung 0 vom 3-Stufen-Schalter ist das wieder unterbrochen, ist wieder alles aus. Die Dauerphase haben wir ja ständig hier rüber gebrückt auf die Klemme 3. Wenn wir die zweite Stufe wählen vom 3-Stufen-Schalter, ist zwischen 3 und 4 gebrückt. Dann bekommt das Relais am Klemmeingang 1, der Wechselkontakt, Strom. Und wenn der Messsensor anspricht, wird hier wieder auf Stufe 3 gebrückt. Und dann läuft das wieder ganz normal zum Staubsauger. Ich würde sagen, jetzt blende ich euch kurz den Plan ein mit den Klemme-Kontakten für das Schaltgrillet. Und dann bauen wir diesen Schalter in eine Musterwand ein. So, ich habe den Schalter jetzt mal kurz auseinandergebaut, um ihn zu erklären. Wir haben eben hier die beiden Stufen 1, 0 und 2. Ich verwende für die Stufe 1 Dauerbetrieb. Er hat oben zwei Anschlüsse und unten zwei Anschlüsse. Allerdings schaltet dieser Schalter in einer Stufe, in der ersten Stufe, in der ersten Stufen oben quer durch. Und in der zweiten Stufe schaltet er unten quer durch. Das heißt, wir haben die Dauerphase, die wir hierher brauchen, auf die Klemme 1. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da ist ja so eine Doppelklammer. Und immer bei der geöffneten Seite dieser Klammer ist die Klemme-Zeichnung. Also dieser 1er steht für diese Klemme. Der 3er steht für diese Klemme. Und wie ich das im Plan schon angezeichnet habe, habe ich die Dauerphase auf die Klemme 1 und dann durchgebrückt auf die Klemme 3. An dieser Seite haben wir 2 und 4. Oben ist 2, unten ist 4. Das heißt, bei Schaltstellung 1 wird durchgebrückt von Klemme 1 auf Klemme 2. Und bei Schaltstellung 2 wird durchgebrückt unten von Klemme 3 auf Klemme 4. Ganz einfach. Und jetzt bauen wir ihn in die Musterwand ein. Also, mein Musteraufbau. So könnte er auch in dieser Letz-Bastel-Absak-Anlage zum Beispiel eingebaut sein. Einmal die Steckdose für Schleifer, Tischkreis, Säge, was auch immer. Und einmal dieser 3-Stufen-Schalter. Ich habe das kurz beschriftet mit Dauer ein, aus und Auto. Empfehlen würde ich euch, das Ganze erst zu beschriften, nachdem die Anlage fertig ist. Nicht, dass die beiden Schaltkontakte in eurem Schalter vertauscht sind und ihr in der Dauer-Ein-Funktion in Wirklichkeit die Automatik-Funktion eingeschaltet habt. Beschriften tut man das sowieso nachträglich und dann passt das auch. Das Ganze dargestellt wie immer. Wir haben hier einen Klemmkasten mit einer Zuleitung. An dieser Zuleitung sind hier die 3 Drähte. Einmal die Phase, braun, einmal der Neutralleiter, blau und einmal der grün-gelbe. Dann haben wir zu dieser Steckdose einfach nur 3 Drähte. Wie man eine Steckdose anschließt, auf die gehe ich jetzt nicht näher ein. Phase, Neutralleiter, Schutzleiter. Diese Dinge sind einfach schon durchgeklemmt und hier eine Kupplung. An dieser Kupplung wird dann die Absauganlage, der Staubsauger, die Turbine, was auch immer angesteckt. Auch hier habe ich den Neutralleiter und die Erdungsfunktion, die grün-gelbe Ader, den PE, schon durchgeklemmt. Dann weiter. Ich verwende jetzt dieses Schalkrelais. Für dieses Schalkrelais habe ich auch bereits die Stromversorgung für das Relais, die auf den Klemmen L und N, genau wie beim El Taco, L und N, habe ich schon draufgelegt. Einmal die Phase, einmal der Neutralleiter. Dann haben wir jetzt zusätzlich dieser 3 Stufen-Schalter. Wie ich es erklärt habe, ich verwende jetzt hier ein sogenanntes Ölflex, ein flexibles Kabel. Meine Enden sind wieder nicht mit Alleinthülsen, sondern verzirnt. Problem ist folgendes, ihr könnt auch ein anderes Kabel verwenden. Ich verwende jetzt mit drei schwarzen und einem grün-gelben. Den grün-gelben bräuchte ich in dieser Anlage jetzt gar nicht, weil der Schalter hat ja keine Erdungsfunktion. Er ist ja nicht in einem Metallgehäuse oder sonst was. Ich lege jetzt da drauf einfach nur eine Klemme, damit das nicht offen rumliegt. Und jetzt, ob, jetzt tun wir es zuerst an, einführen, diese vier Adern. Einführen. Ich lege es jetzt, da rennt es sowieso die Klemme drauf, damit man da nicht rumsteht, lege ich ihn da auch einfach auf die Ehrung drauf. Somit ist grundsätzlich richtig, so wie ich es jetzt gemacht habe, dass das Kabel auch geerdet ist. Wenn der Erdungsdraht, die grün-gelbe Ader an dem Kabel, auch wenn ich ihn für diesen Schalter nicht brauche, denkt die grün-gelbe Ader, nur die Schutzfunktion beinhaltet ja auch das Kabel, die Leitung. Und die ist nur gegeben, wenn wir die Leitung auch anschließen. Abschließend, damit der Draht nicht blank rumhängt, einfach eine Klemme drauf und schon sind wir auf der sicheren Seite. Wie ich erklärt habe, ich habe, jetzt muss ich noch mal drauf eingehen, kurz, diese Kabel wird nicht jeder zu Hause haben mit drei schwarzen. Das Problem ist folgendes, wir brauchen ja eine Phase zum Schalter und dann zwei Drähte, die zurückkommen. Diese Drähte dürfen aber nicht grün-gelb und nicht blau sein. Vorschrift, VD-Vorschrift, der Neutralleiter muss im gesamten Verlauf als blaue Ader gekennzeichnet werden. Es gibt die eine oder andere Anwendung. Wichtig ist, wir brauchen für diese Schaltung, für diesen Schallplan jetzt drei Drähte. Eine Phase zum Schalter hin und zwei Drähte wieder zurück. Im besten Fall sind diese drei Adern weder blau noch grün-gelb. Ich habe jetzt, diese Adern sind beschriftet, auf diesen Adern steht 1, 2, 3 oben. Für die Klemme 1, also für die Klemme, für die Ader 1, habe ich, die habe ich vorgesehen als Stromzufuhr für den Schalter, als die Phase hierher, die klemme ich dann auch auf den, auf die Zuleitung, auf den Dauerstrom. Und jetzt kommen diese beiden, diese beiden zurück. Und da haben wir ja gesagt, in der Stufe 2, weiß ich jetzt nicht, in der Stufe 2, also einer dieser Drähte geht ja dann gleich direkt auf die Steckdose für die Absaugung. Den suchen wir uns jetzt. Steckdose Absaugung. Da legen wir auch eine Klemme drauf. Und der zweite muss auf den Relaiskontakt, auf den Relaiskontakt, äh, wie ist jetzt der zu überwachende? Ja, der ist da. Auf den Relaiskontakt, ich weiß nicht, wie wir das jetzt machen. Also, der, vom 3-Stufen-Schalter, die zweite Schaltstellung, bringt Strom auf der Ader, die mit 3 beschriftet ist. Und diese geht zum Relais, zu dem Schaltkontakt. Äh, in diesem Fall, beim Schaltrelais, ist das die Klemme 11. Die Klemme 11. Beim El Taco Relais war das die Klemme 1. Dann, das Relais, also dieses Relais, der Schaltkontakt, hat ja jetzt dann in dieser, in dieser Schaltstellung Strom. Wenn das Relais den Durchfluss kontrolliert, die überwachte Steckdose meldet, dass das Relais sollte die Absaugung einschalten, kommt Strom auf den Kontakt beim Schaltrelais 14. Und beim El Taco Relais auf Nummer 12, kommt der Strom raus. Und dieser muss jetzt auch wieder auf die Steckdose für den Staubsauger. Legen wir auch da drauf. Dann bleibt eigentlich nur noch die Phase, die braune Ader von dieser Einbausteckdose für das zu überwachende Gerät, also sprich Tischkreissäge oder Fräse. und das haben wir ja beim El Taco Relais haben die Kontakte M1 und M2 geheißen. Bei diesem Schaltrelais heißen diese Kontakte K und L. Für den Kontakt K, den habe ich hier eingeklemmt, Kontakt K, brauchen wir natürlich auch die Dauerphase. und der Kontakt L, da ist jetzt doch eine Ader nicht drin, lege ich gleich die braune Ader von dieser Steckdose, an der dann die Fräse, Tischkreissäge, was auch immer angeschlossen ist. Das ist ein bisschen kompliziert jetzt. So, kontrollieren. Das war es jetzt mal. So, das ist jetzt fertig angeschlossen. Ich habe jetzt vorne an meiner Absauganlage den Schleifer angesteckt und habe drehe ich euch mal kurz als Absaugung diesen kleinen Einhell an der Steuerung angesteckt. Jetzt habe ich auf Stufe 1 jetzt Dauer Dauer gelegt. Das heißt, egal was mit dem Schleifer gemacht wird, Absaugung schaltet sich ein, aus in der Aus-Funktion in der Aus-Funktion ist der Sauger außer Betrieb mehr oder wenige. Ich kann jetzt hier den Mykoschleifer einschalten und die Absaugung schaltet sich nicht ein. Wenn ich nun auf Stufe auf Stufe Automatik Stufe 2 Automatik Stufe 2 schaltet sich aktuell auch noch nichts ein. Erst wenn ich das Gerät einschalte, kommt der Staubsauger dazu. Läuft jetzt etwas weniger als mit dem El-Taco-Relais, aber wie gesagt, in meinem Fall muss ich die Rohrleitung von der Absaugung leersaugen. Das heißt, das Ganze soll eine bestimmte Zeit laufen. Ich denke, so funktioniert das Ganze. Natürlich, das ist jetzt kein Anschauungsbeispiel, wie man das verklemmt. Das ist ein Musteraufbau. Man kann das Ganze mit kürzeren Drähten, Adern in den Kasten einbauen. Man kann einen kleinen Aufputzverteiler setzen, in dem eine Hutschiene eingebaut ist für das Relais. Es gibt da jede Möglichkeit. Natürlich muss ich von Haus aus warnen, immer, wenn es hier an solchen Anlagen arbeitet, Strom ausschalten. Die fünf Sicherheitsregeln. Ich habe das letztes Mal schon erwähnt. Mir geht es jetzt nicht darum, euch ein Lehrvideo zu zeigen, sondern einfach nur ein bisschen zu erklären, wie so ein Schalter und so ein Relais funktioniert. Was ihr damit anstellt, ist eigentlich euer Problem. Ich kann dafür natürlich nicht gerade stehen und nicht für die Richtigkeit garantieren. Diese Schalter gibt es bei Amazon, bei Ebay, irgendwo aus dem China-Supermarkt. Da stimmen vielleicht die Klemmbezeichnungen nicht. Es sind vielleicht statt Schließkontakten Wechselkontakte drin. Dann funktioniert das Ganze plötzlich nicht mehr. Das Schaltrelais ist ein sehr gutes, wirklich gutes Relais. Mir persönlich gefällt das El Taco trotz der 12-Sekunden-Stufung besser. Die komplette mechanische Verarbeitung ist einfach hier El Taco. So liebe Leute, ich hoffe, ich habe euch jetzt den Drei-Stufenschalter einigermaßen näher bringen können. Es schaut komplizierter aus, wie es wirklich ist. Zum Schluss vom Video blende euch nochmal den Plan ein, an dem genau abzulesen ist, wie man so einen Stufenschalter einschalten muss, anklemmen ist es wirklich kein Kunststück. Wie jedes Mal würde ich mich natürlich über Likes freuen, Kommentare und Anregungen. Ich hoffe, auch die Nordlichter haben mein Dialekt einigermaßen verstehen können. Und dort mich kräftig unterstützen, dort meinen Kanal abonnieren, damit mich auch gefreut. Danke, Servus. Vielen Dank.